Das war mein schwersten Fall. Ich weiß wie ein Geruch aus du bist, aber... Es ist eine Brücke, aber welche? Ich heiße Herr Lambo. Ich kenne Ihren Angreifer. Zwei Schüler von mir. Sie heißen Max und Moritz. Das war ziemlich verantwortungslos. Du hättest sterben können. Nein! Tabak und Schießpulver. Jetzt müssen wir alles vorsichtig sein. Lippo! Ich fühle Sie Vresch. Halt! Hände auf! Hände auf! Hände auf! Untertitelung des ZDF, 2020